Hallo Leute, ich bin jetzt hier in Offenburg auf dem Weg zu Röntgenau und Böckersch. Ich bin hier im Café, aber um 6 Uhr morgens gibt es hier noch keinen Kaffee in Offenburg. Ich brauche einen Kaffee, ey. Ich dachte, Offenburg gibt es keinen Kaffee. Aber alles zu. Gut. Böck, A-Mh. Böck. Böck. Böck, Böck. 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 Geil ein Kaffee, so muss Gleis 2, fertig, die ganze Nacht durchgegangen, düst so. Dann schwindet er nach oben, da gibt es auch keinen Kaffee.